ja halli und hallöchen meine lieben Freunde und damit darf ich jetzt einen neuen Folge von Let's Plays Platoon begrüßen da wir in den letzten Part erfolgreich die Story abgeschlossen haben mit einem epischen epischen Bosskampf geht es heute weiter mit den Online Parts ab jetzt gibt es Online Parts mal alleine mal mit Gästen heute ist mein lieber Gefährte der Drache dabei guten Tag ein bisschen sogar im gleichen Team ähm ja wie gesagt es werden mal Online Parts ja gut es kommen nur noch Online Parts jetzt gibt es ja nichts anderes mehr hast du machst noch mal die Story nein einmal reicht mir die war sehr sehr schön die war echt cool hat mir Spaß gemacht aber ich brauchte es nicht unbedingt zweimal Let's Play und so generelt einmal spielen also ich brauchte nicht zweimal spielen aber die war die war sonst echt gut ja genau und jetzt Online Parts ich kann natürlich gerne auch wenn ich aufnehme Posts auf Twitter könnt ihr mitspielen mir was link ist unten auch in der Beschreibung wenn ihr da mal mitspielen wollt fühlt euch dann frei nachzuschauen wie gesagt ich sag dann auf Twitter wenn ich aufnehme ist am besten einmal auf Twitter folgen und einmal mir was eine Freundschaft in Frage schicken ich nehme euch dann an schreibt einfach noch mal irgendwie kurz rein ja hallo ich bin ich kenne dich von deinem Kanal ich will mal mit Despertoun spielen dass ich weiß woher ihr kommt das wäre noch ganz praktisch so hätten wir die Infos damit auch schon abgeklärt Drache wie geht's dir äh mir geht's du hast Ferien die ganz dir kann's nicht schlecht gehen ja das stimmt allerdings und äh zerreißen wir die Krabben bisschen kann das sein ich sterbe jetzt aber nicht nee ich mach hier grad alle Kids irgendwie gefühlt aber es liegt auch an den Leveln bin der höchste vom Leveln vom Level her von daher geht's sehr gut also ich hoffe ihnen doch auch Herr das ist CDA oh mein Gott ich bin gestorben doch wir haben am Wochenende Straßenfest also wenn ihr das seht äh nicht Straßenfest äh Dorffest also wenn ihr das seht ist das schon lang vorbei ähm da muss ich zum einen arbeiten und zum anderen haben wir auch ein Auftritt da war grad ein Megatinten ein Auftritt also ja am Sonntagmittag spielen wir auf der Bühne unterhalten die Leute die gemütlich ihr kaltes Bierchen trinken das ist eine wunderschöne kalte Bier du bist noch nicht 16 ne noch nicht warum hast du schon mal Bier getrunken äh nicht viel warum ach ja du hast mir ja schon mal erzählt stimmt da war ja was und war das Marvin ne das warst du genau der von einer Flasche Radler betrunken wird das was du ich weiß nicht wieso ja wenn ich warte mal wann wirst du 16 ähm Februar Ende Februar ja verdammt wenn ich ja vielleicht schon im Oktober zu dir kommen hätten wir sonst äh was zusammen trinken können das ist auch kein Moses das klingt jetzt hier als wäre ich total der Alkoholiker bin ich nicht ne ich trinke selber generell sehr sehr selten oder hinter mir war irgendwas was dann Tutsch ich will noch einen Kill haben wow ey was war das gerade ich weiß nicht ich hab nen Kill gemacht das ist alles was fucking zählt ich hab mich nicht so nennen soll wie irgendjemand schiffen Wurfbomben Bomben Spam ich rette dich Bomben Spam ich hab dich gerettet ich bin ein toller Mensch du bist sehr toll die Sache ist die ich werde jetzt das Skill aufbauen weil ich war ja ich hab jetzt ja nur die Story gespielt und jetzt jetzt krieg ich langsam diese also wir haben die nur ein bisschen zerrissen jetzt krieg ich langsam die ganzen Online Strats raus ich frag mich wie viele Kills ich gemacht hab ich auch ich glaub wir waren echt die zwei Besten vom Team oder ich hab 18 ich hab eine ich hab 18 Kills man und ich bin nicht letzte im Team das ist das was zählt das ist das was zählt lebt deinen Traum wir singen jetzt nicht Digimon ein andermal wieder so Andi ist da oder Andrew oder wie auch immer hallo an dich jetzt werde ich zerrissen also ja und Derv auch hi Derv den kenn ich also den kenn ich schon aber ich glaub folgt der mir ich glaub er folgt mir weiß nicht abonniere mich also natürlich wir wir sind jetzt einfach in einem Team das wäre natürlich äh awesome ich bin mal gespannt das wäre awesome das fuck ich bin ja haha 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 ok mit der Farbe Andis im Gegner Team ok ich wette Andi fickt mich weil er weiß dass ich aufnehme der ja der kleine Ficker das wollte ich jetzt eigentlich so nicht sagen weil ich aber Ananas Andi ich mag ihn eigentlich auch oh ich hätte grad fast was erzählt was ich nicht erzählen darf hu 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 he 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 ja aaaah oh mein ja grad mal äh wer Andis erster Kill war du ne vielleicht ich werd von Conny zerfickt ey Conny ist jetzt aber echt nicht gut also weiß da würd ich mich an deiner Stelle so ein bisschen ähm Schämerus Van Damerus so was ist mit mir los Das frage ich mich schon, seit ich dich kenne Alter Danke Es ist, als würde ich in Andis Arme laufen Ohne Witz Heißt der eigentlich Andi oder Andrew? Andrew Ist Andi nicht sein Spitzname? Glaube nicht Aber das wäre voll naheliegend Aber dann natürlich nicht so, wenn er so nicht heißt Und so nicht genannt werden will Natürlich das natürlich nicht Ich möchte ja auch, dass er mich weiterhin abonniert Ja, diese Woche Waren bei mir die Views So ein bisschen im Keller Bei dir auch? Weiß ich nicht Ach, du warst ja gar nicht da Wann bist du nochmal zurückgekommen? Am Samstag Am Samstag Da habe ich nicht auf die Views geachtet Ja, keine Ahnung Irgendwie seit Mittwoch auch Hat dich irgendwie So wenige Views Sogar Summen war gar nicht die 2 Da muss man auch an die 20 Views rum Kommt halt ja gestern nur 5 Das hat mich voll verwirrt Na bei mir Die Videos, die heute online kommen Wurde eigentlich gut geklickt Was ich nicht gedacht habe Ja klar, weil es neue Sachen sind und so Ja Und du großer Dank für dich das neue PC Neue Capture Card Bessere Quali Ich bin der Toolste Ey, bin ich nicht Obwohl es bei mir auch passiert Als ich in die Qualitätsoffensive gegangen bin Ne? Aber mir dann auch so Dann direkt Boah, geile neue Quali Du geiler Ficker Hast du dir was nicht Geile Ficker geschrieben? Hör, stirb! Ha, Kamikaze hat geklappt! Du kannst nix, Danny! Ah! Fucking Andrew Fucking Andrew Ey, der geht Ich sag dir Der geht mit Absicht Nur auf mich, weil ich aufnehme Mit ihm mache ich auch irgendwie Nur einen gegenseitigen Kill, oder? Er killt mich Ich kill ihn Ich würde ihn ja gerne auch nochmal kriegen Bevor die Folge vorbei Äh, die Folge Bevor die Runde Sein wirst Als ob Er kann mich unter Wasser killen Mit diesem Klecks Okay Ich kenne mich halt mit den Waffen Noch nicht so aus Wie gesagt, ist das vielleicht Mein vierter Online-Part? Oder so? Wenn es hochkommt? Okay Ich glaube, wir haben vielleicht Sogar trotzdem gewonnen Äh, knapp Oh 1,4% Lag an der Ja Ja, der mit 10 Kills Hallo Der Heidi hatte 0,4 Ja, also ich Ich hatte 0,6 Ja Und der andere hatte 0,4 Ich hatte einen Kill Ich war besser Als Er Er ist der Beste Er ist der Beste Ich habe gedacht, die Regeln haben sich Seit gestern geändert Oh Gott Okay GG Das wird jetzt so wie die erste Runde Die komplette Zerfickung Okay Ich sehe das schon Komm Was denn? Hätte ich nicht die komplette Zerfickung sagen sollen? Komplette Zerfickung Komplette Zerfickung Komplette Da, wo ich es mag Hoho Oh, mit dat Okay, nee, äh, keine Ahnung Ich weiß nicht, ob es so muss Alter 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 Ja, mir geht's gut Ja, äh, ich hoffe es zum Na B D D F Qualitätsfucking Commentary Ich kotze im Strahl Fucking Heulbully Ja, du Du Unglaublich netter Mensch Du Alter Ja Derf Alter Gut, derf Tinten-Titan Fucking Tinten Warum sind eigentlich Alter Hi, Derf Na, äh, wie geht's Ihnen so? Ich hoffe, dir geht's gut Warum gehen eigentlich immer Drei auf einmal auf mich? Oder 400 oder so? Bei mir aber ebenso gerade Okay, mir reicht's jetzt Äh, wer ist Wärtchen Sniper Äh Äh Paper Yoschi Ja Das ist einfach Paper Yoschi Vielleicht ist es nicht Das ist uns jetzt egal Alter, ich wollte gerade Erdrucken Ich bin mit der Störnerung noch nicht So vertraut Wie gesagt Ich hab nur den, äh Singleplayer gespielt Da ist alles anders Weil du hast immer die gleiche Waffe Hör auf Ich komm da aber noch rein Ich schör, alter Ihr ist ja so Meanfeld wie in Bangladesh Digga, er schürt, er kommt nicht rein, Digga Digga, er wird noch der beste Player of the World Halt die Fresse Hör auf, so zu spät Atventy One Guns hat, glaub ich Nen epileptischen Antwort Oder er weiß, dass du aufnimmst Und er macht Woher sollte er das wissen Achso, du meinst, er ist vielleicht doch jemand von Twitter Aber ich hab ihn, also ich hab ihn nicht angenommen Von mir kommt er nicht, glaub ich Denk ich Glaub ich auch nicht I don't know Today is the day of Day of the Santa Tag her Alter, warum sind da eigentlich überall Menschen Alter, drei Der eine mit dem Dingsbumses Hier, wie heißt's Hier Pinsel Roller Roller Der andere mit einer Marmelfare Der andere mit einer Sniper Das war komplett unfair, ja Die Runde schneid ich nicht rein Vielleicht haben wir doch Okay, vergiss, was ich gerade sagen wollte Verdammt Ich glaub, ich war diese Runde sogar der Schlechteste Ne, das war ich Ne, du warst nicht schlechter als ich Sage ich ja Ich war der Schlechteste Mit großem Abstand Ja gut Ich würd sagen, meine lieben Freunde Man kann nicht immer gewinnen im Leben Dennoch, wenn ich diese Folge gefallen würde Dann zählen einen Daumen nach oben Ohne Kommentar Freunde, links zuerstens Folge Und zu Places Und unten in Überschreibung Und drach ist Kanal Wir wünschen auch noch einen schönen Tag Sehen uns dann im nächsten Video Und ja, was geht's noch zu sagen Außer tschüss 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 Tschüss